Du hast nichts dagegen, das ist jetzt auf YouTube veröffentlicht, oder? Du hast nichts dagegen, du hast nichts dagegen. Ich stehe schon auf YouTube mit so einem komischen Filmprojekt. Du bist schon da? Ja okay, da du dein Einverständnis gerade gegeben hast. Ich glaube... Du hast mir deine Seele verkauft. Oh mein Gott. Das ist kein schlechtes Inhalieren. Es gibt nämlich einige Perverse, die wollen nichts anderes als sich das angucken. Ja. Die Frauen rauchen, ich weiß nicht warum, aber... Also, und damit verdienst du jetzt auch so Geld wie den Preis. Ab heute. Ja, ab heute. Damals hast du aber noch nicht geraucht, oder? Wann hast du denn angekommen? Ja, aber ich habe damals noch getrennt. Wie dem auch sei, deine Inhalationstechnik wird im Internet gut ankommen. Und deine Ausatmungstechnik wird genauso gut ankommen. Wie solltest du denn sein Star sein? Würdest du mir aber auf jeden Fall dann eine E-Mail schicken, wenn du dir das hingestellt hast. Ganz bestimmt. Was ist mein Geschäft... Ich bin ungefähr... Wann ist das Ami? Möckungstechnik... Eure der Barsch?...